Mit Weiser Beifeller haben Sie ein vernetztes und komfortables Zuhause. Sie können Licht und Storren über einen Schalter oder über die Weiser Home App steuern und neu auch Raumtemperatur regeln. Mit einem Knopfdruck können Sie die Atmosphäre ändern, zum Beispiel zu einer gemütlichen Abendbeleuchtung. Mit der Weiser Home App steuern Sie Ihr Zuhause von überall. So können Sie Ihre Heizung für Ihre Ferienwohnung in der Abwesenheit steuern und so bis zu 60% Energie sparen. Sie können auch die Abwesenheitssimulation nutzen, um Einbrüche zu verhindern. Die Wetterstation misst Wind, Regen, Aussentemperatur und Licht. So werden zum Beispiel Storren, Jalousien und Markisen mit starkem Wind, Regen oder Hagel automatisch hochgefahren, um Schäden zu verhindern. Mit Weiser geniessen Sie den Komfort und die Sicherheit eines intelligenten, vernetzten Wohnumfeld. Und das alles im eleganten Design, welches sich nahtlos Ihre Wohnumgebung integrieren lässt. Denn Weiser gibt es in allen gängigen Fällerdesigns. Klenses Benefits Vielen Dank.